Hallo liebe Zuschauer und herzlich willkommen zur aktuellen Sendung. Hier bei Ihrem BLK Regional TV und das Ganze am Freitagabend. Schön, dass Sie wieder eingeschaltet haben. Jan Zeitz war am letzten Wochenende erhöhte Militärpräsenz zu sehen. Reservisten der Bundeswehr absolvierten den sogenannten Blüchermarsch. Was das ist, wir sagen es Ihnen, denn wir waren natürlich mit der Kamera dabei. Gebhard Leberecht von Blücher, Fürst von Wallstadt, ist Namensgeber für den Blüchermarsch, der am 7. Juli in Zeitz durchgeführt wurde. Blüchermarsch, weil Blücher als Marschall vorwärts in die Geschichte einging. Doch was ist der Blüchermarsch genau? Hintergrund des Blüchermarsches ist ein Landeswettkampf für Reservisten, wo ich testen kann, wie fit sind meine Reservisten. Und da gibt es die unterschiedlichen Stationen. Wir haben heute also acht Ausbildungsstationen. Da ist eben Überwindung von Gewässern dabei, ein Seilstich dabei, Sanitätsausbildung, Kartekompass. Also alles, was man so als Reservist können muss, findet einmal im Jahr statt. Regelmäßig im Burgenlandkreis. Wir machen das hier extra, weil wir ja auch in die Öffentlichkeit gehen, damit auch die Bevölkerung sieht, die Reservisten sind da, wir trainieren. Und das Trainieren ist insofern wichtig, weil wir auch immer wieder zum Einsatz kommen. Die Reservisten, die an diesem Wettkampf teilnahmen, machten dies freiwillig. Sie wurden zwar gezogen, könnten dem aber auch widersprechen. Wenn man jetzt an die letzten Hochwasser denkt, da waren also unendlich viele Reservisten da, die geholfen haben. Und die Personaldecke der Bundeswehr ist bekanntermaßen nicht so, wie man sich das vorstellt. Das heißt, die Reservisten werden immer wichtiger, ersetzen auch aktive Soldaten. Wir machen auch Urlaubsvertretungen und da müssen wir natürlich fit sein und wissen, was da ist. Reservisten sind also die Reserve. Und die Reserve ist gar nicht so klein. Es gibt also deutschlandweit erstmal den Reservistenverband. Der hat 120.000 Mitglieder. Und jedes Land hat eine Landesgruppe. Und in der Landesgruppe Sachsen-Anhalt sind 1.200 Mitglieder. Ansonsten ist jeder Reservist, der irgendwann mal gedient hat, und davon gibt es logischerweise Hunderttausende, um nicht zu sagen Millionen, die sind aber jetzt nicht im Verband organisiert. Kennengelernt hat man die aber zum Beispiel beim letzten Hochwasser 2013, als man gemerkt hat, wir brauchen Hilfe. Da haben sich unwahrscheinlich viele Reservisten, also die irgendwann mal gedient haben, bei uns gemeldet. Sie wollen helfen, wo soll sich melden. Und das ist so der Grundgedanke, den so ein Reservist, der mal gedient hat, in sich trägt, was für sein Land zu tun. Und wenn es darauf ankommt, sind sie alle da. Der Landeswettkampf sollte also zeigen, wie fit die Reservisten, die Teilnahmen sind. Der Status fit ist unterschiedlich. Einige sind privat so eingebunden, als Maurer, Dachdecker oder sonstiges, die sind so fit, da kann ich mich nur hinter verstecken. So andere haben einen Bürojob, die sind da nicht ganz so fit. Deswegen bieten wir aber ganzjährig Ausbildung an. Also im Prinzip kann man fast jedes Wochenende irgendwo in Sachsen-Anhalt an der Ausbildung teilnehmen, um fit zu bleiben. Und das nutzen einige. Da es sich um ehemalige Soldatinnen und Soldaten handelt, ist alles, was damit im Zusammenhang steht, Teil der Ausbildung. Wir bilden natürlich die militärischen Grundfertigkeiten aus. Meine Jungs müssen schießen können, sie müssen mit Karte und Kompass agieren können. Wenn sie sich verlaufen haben, müssen sie irgendwo wieder dahin zurückfinden, wo sie hin sollen. Die Sanitätsausbildung ist immens wichtig. Also diese ganzen Dinge, die ein Soldat können muss, die werden natürlich regelmäßig trainiert. Und im Sinne des Heimatschutzes trainieren wir dann allerdings auch Sandsackverbau, Sandsackbefüllstationen und dann natürlich auch die Zusammenarbeit mit den zivilen Organisationen. Darunter kann auch die Unterstützung zum Beispiel bei Unfällen gehören, was ebenfalls simuliert wurde. Das sieht man heute beim Blüchermarsch zum Beispiel. Also fast alle Stationen sind mit Zivilen besetzt. Da ist das THW dabei, die Feuerwehrzeit, Feuerwehr Weißenfels, DRK, die Wasserwacht. Die trainieren heute auch. Und das ist das Besondere eigentlich am Blüchermarsch, dass wir also mit den zivilen Organisationen einen Tag nehmen. Die Bundeswehr bereitet das vor und alle können heute üben, lernen sich gemeinsam kennen. Und beim nächsten Hochwasser ist es immens ein Vorteil, wenn man sieht, ach, wir kennen uns ja, wo kann ich helfen, wie kann ich dir helfen und alle arbeiten wieder Hand in Hand. Deswegen arbeiten wir auch wie heute zum Beispiel eben mit den zivilen Hilfsorganisationen so eng zusammen. Wobei die Anzahl an Helfern größer war als die der Reservisten. Unterwegs sind zwölf Mannschaften, a drei Personen. Und dazu kommen ungefähr 70 Funktioner. Das heißt, die die ganze Station besetzen, die Sicherheit gewährleisten. Das Amtverband zum Katastrophenschutz ist mit eingebunden mit ihrem Vermeldezug. Die üben also heute Funken. Was für uns wichtig ist, dass die Ergebnisse hier dann immer gleich weitergegeben werden in die OPZ. Und dementsprechend, wenn sie zusammenrechnen, kommen es auf über 100 Leute. Eine Strecke von 10 Kilometern war für die Reservisten vorgesehen. Wenn sie das mit Karte und Kompass noch können, dürften es 10 Kilometer sein. Aber ich gehe davon aus, die eine oder andere Gruppe läuft heute auf 15 oder mehr. Ein Blüchermarsch ist also kein Spaziergang. Anders hätte es Blücher wohl auch nicht gewollt. Fertig, ich schieße. Sport hält nicht nur fit, sondern auch gesund. Und das wird nicht nur den Patienten im Klinikum Burgenlandkreis und dem Merseburger Karl-von-Vasedow-Klinikum gepredigt, sondern auch selbst praktiziert. Bester Beweis, ein gemeinsames Sportfest. Reges Treiben, oder besser gesagt sportliches Treiben, herrschte in der Geiseltalsporthalle in Braunsbetra. Es war die zweite Begegnung der Mitarbeiter vom Burgenlandklinikum und dem Karl-von-Vasedow-Klinikum Merseburg. Mal nicht auf beruflicher Ebene. Sportfest, das ist jetzt schon im Klinikum hier eine Tradition? So ist es. Wir haben das jetzt als Tradition gemacht. Wir machen das jährlich. Einmal ein Mitarbeiter-Sportfest und sind seit vielen Jahren hier in Braunsbetra, weil wir ideale Bedingungen finden. Und aus unserer Sicht gehört das mit dazu. Viele machen ja ein klassisches Fest, so wie das Klinikum-Burgenlandkreis. Und wir haben irgendwann uns entschieden, das auf sportlicher Ebene so dem Teamspirit, die Zusammenarbeit zu fördern. Und das zeigt ja auch jedes Jahr, dass wir mit einer Regenteilnahme zum einen die Sportler hier sind und dann später auch diejenigen, die nicht Sport treiben, um sich vor Ort auszutauschen in der lockeren Atmosphäre. So, und jetzt sind wir rausgefordert worden hier aus dem Burgenlandkreis. Richtig. Letztes Jahr waren wir zum ersten Mal auch eingeladen, haben teilgenommen mit Fußball- und Volleyballmannschaften. Und jetzt dieses Jahr wieder zwei Volleyball- und zwei Fußballmannschaften. Ich freue mich, dass das dann auch die Klinikum-Burgenlandkreis in Zeit zu Naumburg Interesse gefunden hat und sich die Mitarbeiter auch nach der Arbeit treffen und natürlich trainieren für den heutigen Tag. Es soll Spaß machen und keine Konkurrenz werden. So ist es. Das ist, wie an anderer Stelle schon betont, ein Treffen auf Augenhöhe. Und es gehört dazu, dass man sich sicherlich ab und zu im sportlichen Wettstreit gegenübersteht. Aber es geht nicht darum, dass irgendjemand hier gewinnt oder verliert, sondern es geht um die Sache, um das gemeinschaftliche Gefühl, um das Miteinander näher zu kommen. Und dafür steht ja Sport auch an dieser Stelle. Welche Sport annimmt der Burgenlandkreis oder das Klinikum teil? An beiden Fußball und Volleyball. Und wie sehen die Chancen aus, wenn es nicht das erste Mal heute ist? Ich drücke unseren Mannschaften, allen Mannschaften die Daumen und ich denke, dass alle Mannschaften gute Chancen haben, auch zu gewinnen. Alles hatte an diesem Tag mit Sport zu tun. Selbst gesunde Getränke wollten sportlich erkämpft werden. Allerdings eine Ausnahme gab es. Für eine Roster und für die leckere Pilzpfanne musste man sich einmal kurz anstellen. Moin Großer, alles Gute zum 18. Sei nicht traurig, freu dich auf deine Freiheit. Ab heute stressfrei wohnen bei der WVW. Rekomöbel, wir bringen Farbe in ihr Leben. Wenn Sie jeden Morgen diesen Ausblick sehen und die Vögel zwitschern hören wollen, dann müssen Sie nicht in den Urlaub fahren. Kommen Sie nach Hunnmölzen und erleben Sie den besten Ausblick über den Stadtpark. Schöne Aussichten, Wobau Hunnmölzen. Ihr regionales Fernsehen können Sie jetzt auch in HD im neuen Lokal-TV-Portal HD empfangen. Hierzu benötigen Sie ein HBB-TV-fähiges Fernsehgerät mit integriertem Satellitentuner oder einen externen HBB-TV-fähigen Satellitenreceiver. Verbinden Sie Ihr Empfangsgerät per LAN-Kabel oder WLAN mit dem Internet und schalten Sie auf das Lokal-TV-Portal. Sollten Sie das Portal noch nicht in Ihrer Sendeliste haben, dann führen Sie einen manuellen Sende-Suglauf durch. Das Portal finden Sie auf der Frequenz 11.552 MHz unter der Sendekennung Lokal-TV-Portal HD. So wie die Infotafel des Lokal-TV-Portal auf Ihren Fernsehbildschirm zu sehen ist, sollte das Portal automatisch starten. Wenn die Menüauswahl bei Ihnen nicht erscheint, drücken Sie die rote Taste auf Ihrer Fernbedienung. Jetzt brauchen Sie nur noch das Bundesland und Ihren regionalen Sender auswählen. Mit der OK-Taste starten Sie das Programm. Weitere Informationen finden Sie auf den folgenden Internetseiten. Und auch an diesem Wochenende gibt es hier bei uns im Burgenlandkreis wieder so allerhand zu erleben. Wir haben wieder einige Tipps für Sie herausgesucht. Ja, hier unsere Veranstaltungstipps. Versierte Gästeführer nehmen Sie am Samstag, den 14. Juni, mit auf eine Reise durch 1000 Jahre Stadtgeschichte in der Domstadt Naumburg. Die Führung beginnt in der ehemaligen Domfreiheit und endet in der Bürgerstadt. Dabei werden einzigartige architektonische Bauwerke und Kunstdenkmäler sowie eine Vielzahl liebenswerter Details präsentiert. Kuriositäten und Anekdoten aus der ereignisreichen Stadtgeschichte werden Sie zum Staunen und Schmunzeln bringen. Beginn ist um 10.30 Uhr am Domplatz. Der Beginn des Dreißigjährigen Krieges jährt sich zum 400. Mal. Der berühmte französische Grafiker Jacques Scarleau hat auf beeindruckende, zuweilen auch groteske Weise durch die eigene Erfahrung die Grauen des Krieges festgehalten. Doch auch an den Freuden des Lebens war der Kupferstecher aufgeschlossen. Tauchen Sie ein in die Zeit des Krieges und begeben Sie sich auf Spurensuche der Zerstörung im Schloss Neuenburg. Die Ausstellung ist nur noch bis zum 22. Juli im Kirchsaal von Schloss Neuenburg zu sehen. Begeben Sie sich am Samstag, den 14. Juli, dem Zisterzienserkloster Pforte auf Geschichtsreisen. Erleben Sie einen kulturgeschichtlich herausragenden Ort, der Wandel und Ursprünglichkeit gleichermaßen zeigt. 1137 wurde hier im Saaletal das Kloster St. Marien gegründet und damit der Grundstein für das Areal in seinen heutigen Dimensionen gelegt. Seit fast 500 Jahren wird in Schulpforte erfolgreich Bildungsgeschichte geschrieben. Ein lebendiger Ort mit großer Geschichte. Erfahren Sie mehr über das Klosterleben der Zisterzienser und den Wandel vom Kloster zur Fürstenschule. Beginn ist um 14 Uhr. Die Grillsaison ist eröffnet. Golbener Wurstspezialitäten bietet Ihnen zahlreiche Leckerbissen für Ihr Grillvergnügen. In unserem umfassenden Grillsortiment findet sich bestimmt für jeden Geschmack das passende Grillfleisch. Täglich frisch und selbstgemacht. Neugierig geworden? Dann besuchen Sie uns in einer unserer fünf Filialen. Denn ohne Wurst und Speck hat das Leben keinen Zweck. Auch im Alter schöner Wohnen in einem angenehmen Umfeld. Wohnbau Thaisen bietet Wohnen mit Ansprache und Geselligkeit in der neuen Begegnungsstätte Pekinger Straße in Zeitz. Übernachtungsmöglichkeiten gesucht? Die neuen Gästewohnungen sind geschmackvoll eingerichtet. Auch für Behinderte entsprechend ausgebaut. Wohnbau Thaisen. Weißenfelser Straße 6 in Thaisen. Technik-State für Blau zu machen. Weißenfelser Straße 6 in Thaisen. Weißenfelser Straße 6 in Thaisen. Be smart. Hände an Steuer, Augen auf die Straße. In unserer kleinen Serie 25 Jahre Straße der Romanik wollen wir Ihnen heute den Zeitserturm St. Peter und Paul etwas näher bringen. In Zeits entstand nach einer Überlieferung im 10. Jahrhundert eine Königsburg und eine dazugehörige Kirche. Mit der Entstehung des Zeitser Bistums entwickelte sich die Kirche zu einer Kathedrale für die dort ansässigen Bischöfe. Ein Jahr später, Weihnachten, kommen dann die Bischöfe in ihre jeweiligen Bischofssitze. Aber schon vorher, nachzulesen in der Chronik von Tietmar von Merseburg, muss hier im Bereich des heutigen Kreuzganges ein ottonischer Königspalast gewesen sein. Denn einen Bischof hat man ja nicht irgendwo hingeschickt. Da muss also schon was gewesen sein. Der Dom sieht auf den ersten Klick gotisch aus, aber wir haben durchaus auch die romanischen Elemente noch. Mit etwas Geschick versteckt sieht man die dann auch. Die Wand mit den Malereien, das ist die ursprüngliche Außenwand der romanischen Basilika. Und wenn man jetzt hier auf der Südseite guckt, sieht man noch diesen halbrunden Bogen und oben diese kleinen zugemauerten romanischen Fenster. Und hier vorne im Chorraum, da geht das bis zu den großen, den gotischen Fenstern. Und da ist auch nochmal so ein kleines romanisches Fenster. Und in dem hat man einen Holzrahmen gefunden, der ins frühe 11. Jahrhundert datiert werden konnte. Von daher ist uns dann auch die Bauzeit bekannt. Aus dieser Kathedrale ging später der Zeit zur Dom hervor, welcher allerdings um 1028 einen Neubau erhielt. Weite Teile des Doms sind noch aus der Zeit des Neubaus erhalten geblieben. Der Dom beherbergt heute eindrucksvolle Kostbarkeiten. Das ist dann hier das älteste Ausstattungsstück des Doms. Der Taufstein stammt etwa aus der Zeit um 1250. Man denkt, dass er eventuell von Kloster Posa stammen könnte. Aber genauso gut könnte er hier im Dom gestanden haben. Also zu 100 Prozent weiß man es nicht. Heute ist dann hier ein Weihwasserkessel drin eingelassen. Und wenn wir als Katholische in eine Kirche gehen, dann machen wir ein Kreuzzeichen, das uns an die Taufe erinnern soll. Und wenn eine Taufe ist, dann nimmt man den einfach so heraus. Und findet die immer noch an diesem alterwürdigen Stein statt. Eindrucksvoll ist die Hallenkrypta, die zu den Ältesten in Deutschland gehört. Die Krypta hat zur Reliquienverehrung gedient. Und später ist sie Kapelle gewesen, die man dann zu Reformationszeiten entfernt hat. Und der Herzog hat das dann zu seiner Grablege umfunktioniert. Und das sind dann heute hier die Säge der herzoglichen Familien. Von Herzog Moritz zwei seiner Frauen, die er nacheinander gehabt hat. Einer seiner Söhne mit Frau. Im 14. und 15. Jahrhundert fand ein Umbau der kreuzförmigen Basilika zu einer Heimkirche im gotischen Stil statt. Dazu bezieht man dann kurzerhand den Kreuzgang mit in die Kirche ein. Und so entsteht dann diese einseitige Südempore. Denn der einseitige Emporenbau kommt ja erst in nachreformatorischer Zeit. Im Zuge des Herrschaftsantritts von Herzog Moritz von Sachsen-Zeitz im Jahr 1657 begann auf der Moritzburg der Bau eines Barockschlosses. Dieser Bau sorgte für eine erneute Umgestaltung der Kirche um 1664 im Stil des Barocks. Auf der westlichen Seite des Langhauses entstand eine Fürstenloge, die eine Verbindung von Schloss Moritzburg mit dem Zeitzer Dom möglich machte. Mit dem Tod des Herzogs von Sachsen-Zeitz sank die Relevanz des Doms und der bauliche Zustand verschlechterte sich mit der Zeit. Im Schloss wird eine Besserungsanstalt eingerichtet. Der Dom dient als Gefängniskirche, hat noch andere verschiedene Fremdnutzungen. In der Zeit geht Schloss und auch Dom in Stadtbesitz über. Durch die Industrialisierung, die Umquartierung aus dem Westen, die Vertreibung aus den Ostgebieten, ist dann die katholische Gemeinde so groß, dass die im 19. Jahrhundert erbaute Pfarrkirche zu klein wird. Und da konnten wir als Gemeinde den Dom von der Stadt pachten und als Kirche nutzen bis 1982. 1982 stürzte der südwestliche Vierungspfeiler ein, was am gotischen Gewölbe der Kirche erhebliche Schäden anrichtete. Erst nach der Wiedervereinigung wurde die Sanierung des Doms vorangetrieben. 1998 wurde die Kirche wieder geweiht und zur Landesgartenschau 2004 die Sanierung abgeschlossen. Seitdem wird der Dom wieder rege genutzt. Der Zeit der Dom ist zur Zeit die Pfarrkirche der katholischen Gemeinde, der katholischen Pfarrerei St. Peter und Paul Zeitz. Und zwar seit 20 Jahren, dieses Jahr, also 20 Jahre her, nachdem er nach der Wiedereinweihung genutzt wird von uns. Also zunächst einmal dient sie für unsere Gottesdienste und natürlich dann auch Hochzeiten, Taufen oder das Requiem, wenn wir für Verstorbene beten wollen. Und andererseits ist es genutzt für viele Konzerte. Es gibt da einen Förderverein für die Euler Orgel, die eine Konzertreihe veranstaltet. Es gibt andere, die hier regelmäßig Konzerte halten oder Anfragen von außerhalb. Also es ist hier ein dicht gefülltes Programm auch im Dom. Egal wohin das Auge blickt, im Dom kann man viele Kostbarkeiten entdecken. Die beiden Orgelemporen, angeregt von Heinrich Schütz, der barocke Hochaltar mit Palmbaumsäulen, Blatt- und Fruchtgehängen und dem Kreuzigungsbild vom Hofmaler Christian Schäfer sowie die Grabplatten zu beiden Seiten des Chores. Mit unserem Blick in den Bauernkalender und den Aussichten für die nächsten drei Tage beschließen wir wieder unsere Sendung. Und der heutige Spruch, der lautet wie folgt. Wettert der Juli mit großem Zorn, bringt er dafür reichlich Korn. Wir schauen jetzt erst einmal, wie es in den nächsten drei Tagen mit dem Wetter weitergeht. Hier die Wettervorschau. Am Sonntag ist es teils heiter, teils wolkig. Es bleibt weitestgehend trocken. Die Quecksilbersäule klettert auf 24 bis 26 Grad. Dabei weht ein schwacher Wind aus Nordwest. In der Nacht zum Sonntag gibt es wenige Wolken und es bleibt niederschlagsfrei. Die Tiefstwerte liegen zwischen 13 und 9 Grad. Es weht weiterhin ein schwacher Nordwestwind. Der Sonntag präsentiert sich heiter und niederschlagsfrei. Bei schwachem Nordwind liegen die Tagestöchstwerte zwischen 22 und 26 Grad. In der Nacht zum Montag ist es gering bewölkt. Niederschlag wird nicht erwartet. Die nächtlichen Werte liegen zwischen 16 und 12 Grad. Dabei weht ein schwacher Wind aus nördlichen Richtungen. Am Montag wird es überwiegend sonnig sein. Am Himmel gibt es kaum Quellwolken oder nur dünne Schleierwolken. Bei einem schwachen Wind liegen die Tagestöchstwerte bei 28 Grad. Und damit, liebe Zuschauer, sind wir schon wieder am Ende unserer Sendung angelangt. Ich hoffe, es waren interessante Themen auch für Sie wieder mit dabei. Ja, ich wünsche Ihnen jetzt erst mal ein schönes Wochenende. Machen Sie das Beste draus, genießen Sie das Ganze. Und Sie wissen ja, auf den aktuellen Stand halten wir Sie natürlich weiter auf unserer Webseite unter www.blk-regional.tv. Dort finden Sie immer aktuelle Nachrichten oder Sie besuchen uns ganz einfach bei Facebook. So, das war es jetzt. Ein schönes Wochenende. Wir sehen uns wieder, wenn Sie möchten, zur nächsten aktuellen Sendung am Dienstagabend. Machen Sie es gut. Tschüss. Machen Sie es gut. Tschüss.